Okay, dann gehen wir mal rein. Vorgang abgeschlossen. In 5, 4, 3, 2, 1. Das war's. Das war's. Noch mal ein bisschen. Ganz schön. Das ist sie. Da. Mach sie auf. Fuck. Alles zu tun. Dreckstack, dich krieg ich! Mach auf das Teil! Krieg in Kryo-Anlage, alle Wolken, war ich unverzüglich verlassen. Na? Komm schon, das muss doch irgendwie aufgehen! Komm schon, komm schon, komm schon! Ich finde den, der das getan hat. Und dann hole ich schon zurück. Versprochen. Ja, das machen wir. Wir holen ihn zurück. So, das können wir ja schon. Mist. Da kommen wir nicht raus. Oh, hier kommen wir durch. Was? Na, nehmt doch mal auf! Hm. Tim Back. Überall war es drin noch diesmal. Was ist denn heute los? Riesenkakerlhaken? Was zum Teufel? Jetzt haben wir einen zweiten Schlagstock. Was gehen wir hier noch hinschauen? Toaster, nehmen wir mit. Kochplatte bauen wir nachher alles. Was? Na? Hm. Na, war mir klar, du Mist. Wie? Hinten noch angeschissen kommst, du Sau, du. Oh, ne, die ist ja dort. Was ist dir passiert? Wo sind alle? Was? Ha! So, Wasser trinken. Zack. Nein, Ruhe. Ist das alles, was noch übrig ist? Hm. Nett. Dich hole ich mir später. So, die muss man jetzt aufmachen. So, die muss man jetzt aufmachen. Runter auf die Knie. Mal gucken. Nein, natürlich bin ich nicht so gut wie auf dem PC. Ah, garma. Ah, garma. Einen. Einen? Drecksvieh. Elender Mist Fiech du Das ist verdreckt, eigentlich muss der abkratzen Naja Bringt uns doch nicht das Fleisch, aber ja Hehe Lebt denn überhaupt noch wer? Hat es jemand nach draußen geschafft? Alle sind tot So, jetzt muss man hier unseren Pitboy holen So, jetzt muss man hier Inventar, Kleidung, Brille, Sack und ab jetzt nach draußen, an die frische Luft. Rundtürregelung sich fest eingeleitet. Bitte zurücktreten. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Viel Spaß bei Ihrer Rückkehr zur Oberfläche und danke, dass Sie sich für Vault-Tag entschieden haben. Habe ich gar nicht, war gezwungen. Habe ich gar nicht, war gezwungen. Habe ich gar nicht, war gezwungen. Ich bin gar nicht, war gezwungen. Ich bin gar nicht, war gezwungen. Oh Gott. Aufbereitetes Wasser wird dann auch noch richtig wichtig nachher. Löscher? Was ist denn eigentlich ein Löscher? Aschenbecher. Da ist nochmal Munition. Schreibtisch ist leer. So. Da geht's. Heidewitzka. So. Das ist Sprinten. Unser alter Heimat. Aber mit Kotzwurfeu erhät mal später. Wir sehen uns beim nächsten Part. Haut rein und tschüss. Tschüss. Tschüss.